Hallo Leute, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder willkommen zusammen, wir zocken heute Minecraft Battle Summoner. Was geht, was geht. Wir starten rein. Und diesmal Solo. Diesmal Solo. Ich hoffe, wir kriegen mehrere Runden, weil eine Runde wäre scheiße. Ich weiß eh, dass ich gleich schon tot bin. Ich bin rot. Wir werden bestimmt noch mal ein Video posten, wo wir Double spielen. Bestimmt noch. Bist du dahinten? Du bist irgendwo gekommen. Das ist irgendwo, keine Ahnung. Chayan. Neben mir ist Grün. Ich weiß nicht, ob ich auf Endstein warten soll. Oder nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen dumm. Boah, du hättest mal eine Runde von mir sehen sollen. Die habe ich leider nicht aufgenommen. Wenn es mal sehen sollen, wie ekelhaft ich mein Bett eingebaut habe. Blau wird mich schon pushen kommen. Ja, Chayan kommt wahrscheinlich gleich zu mir. Der sieht gerade schon an, das wollte ich aus. Der kommt wahrscheinlich gleich zu mir rüber. Oh, er kommt zu mir. Ja, Blau kommt. Oder? Nee. Okay. Chayan hat mir signalisiert, dass er nicht zu mir will. Ehrenmann. Ich küsse sein Herzbruder. Und auf das deiner... Okay. Ach, warte mal. Wir sind auf YouTube. Wir sind auf YouTube. Wir sind auf YouTube. Ich wollte gerade was sagen. Ich kann dir gerne nach der Aufnahme gerne mal sagen, was ich sagen wollte. Ja, ich glaube, danach wäre ich weg für ein paar Wochen. Wäre nicht so gut. Wobei, dann hätte ich immer einen Grund in die Pause zu gehen. Ja, das ist ja immer vernünftigen Grund. Vor allen Dingen, ich sage so, ja, ich mache Pause. Hier, Bruder, Bruder. Hier ist wo die Pause? 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 Die Pause, die Pause. Das sind die Pause? Die Pause. Die Pause. Die Pause. Die Pause. Was ist das? Was ist die Pause? Ich weiß es nicht. Die Pause. Einfach neue türkische Wundene. Hoch türkisch. Ahja, wollt ihr türkische Unterricht? Kommt zu mir, ich bring euch hoch türkisch bei. Nein, ich hab dich verbaut! Hoch türkisch für Anfänger. Die Netflix-Serie. ja mann es gibt ja diese serie turkisch für anfänger oder wir kennen die dich lass mal turkisch für anfänger gucken oder blau kommt mich direkt pushen und ich hab ihn ich sag's nicht wir sind auf youtube nicht auf deiner lieblingswebsite ich weiß hat mir gerade den arsch gerettet ich wollte mich schuschen und weiß kam einfach und hat den runter geschubst was ein ehrenmann so ein gründer oder erst mal ein eisenschwert hast du schon eine rüstung also wenn ich mein bett ist schon weg was die wette soll weg bist du denn überhaupt was du bist das ist pink dann bist du auch da grün kommt die posten so ach so der steht neben herbe wie geil das ja mich pushen wollte weiß kommt und ihn einfach runter schubst jetzt geht doch zurück zu seiner base das ist gut das ist gut ich sag dir ehrlich wenn du in meiner meiner lobby wenn du in meiner meiner kulisse hier wärst du hättest das sehen so ein alter ich glaube ich mach da teils der von wegen weiß rettet mein arsch oder so ich digga ich hasse in f6 gedrückt ich bin alle so schnell ja ich hasse vor allen dingen stein steht du musst dir das mal vorstellen teils steht da drüben da auf der anderen insel macht den signalisiert so jahr oder ich komme nicht da der kommt hierher will sich überbauen der typ kommt er schubst ihn runter er fällt runter er wird gehickt von ihm ja okay alles klar jetzt will er mich poschen immer schlafen leger hat er ist weg hat er noch ein bett ja er hat sie noch ein wird trotzdem muss er sich wieder diesen ganzen weiten weg machen ja ich wollte mir sowieso erst mal geküttet ja blau ist weg der der hat mich gepusht natürlich ich weiß ich soll ich auch wie es die spielen jetzt weil ich meine ich bin eigentlich gut ausgerüstet die ja schwer ist gut aus hier ist also da drunter auch schlau gut schlau 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 ich habe wolle endstone und dann holen es kommt nicht kurschen weiß kommt nicht kurschen sondern wochen der grüß man wird ähnlich oder egal der kriegt der bett nicht hätte ich den nicht hier runter ballern er hat einen golden apple gefressen ja ich habe leider kann ich könnte was hat er das gebracht hätten eisen schwer verzaubert auch das ist mir egal das macht er ja da gewartet dass ich auf die andere seite geht damit er mich da jetzt runter kicken kann ich halt so sinnlos er kann sein er kann der bitte er ist wahrscheinlich so dinge oder so ja ja aber wird ihm halt nichts gebracht kleiner opfer wie er da ist so eine eisen rüstung habe ich dann noch ruhig konnte ich jetzt auch noch pushen bis er geht sie zu den dias und kommt dann gleich wahrscheinlich zu dir das ist mir erst egal er hat da wahrscheinlich aber gleich zu dir und weiß eigentlich wieder kommt ne weiß macht hat nichts mehr pass auf dass niemand kommt meine leute abonniert doch gerne denkt mal aber grau kommt jetzt grün pushen das ist gut das ist geil ja ich brauche mich jetzt hier weg grün hat kein bett mehr glaube ich doch grün hat noch ein bett jetzt nicht mehr weiß kommt weiß eigentlich noch mal nur moment nicht so moment kann auch schön weit weg ich habe bist du geld also pink hat auch kein bett mehr ich würde aufpassen wenn du einmal runter fliegt der weiß kommt wieder weiß kommt wieder recht jetzt er ist hinter dir ja ich würde wieder hoch gehen dann feuerweil benutzen ich habe ich habe leider keinen das ist das problem ich habe keinen ja aber das ist eine gute falle wenn er gleich da hochkommen möchte er geht aber total gerade was macht er da er geht upgraden er ist abgegradet er geht upgraden sagt man bescheid wenn aus der base raus geht ja ich pass auf ich pass auf das auch überhaupt niemand zu dir kommt okay er geht aus seiner base raus also aus der base raus das ist mir jetzt egal jetzt habe ich aber das ist eine gute steifer falle wenn er wenn er da gleich runterfällt das wäre so geil kommen bitte der wird wahrscheinlich jetzt zu mir gehen und hoffen dass ich noch bald da bin dass ich noch bei mir zu hause bin aber erst mal hier an der base erst bei der base wo bist du denn ich bin ich bin in der mitte oh gut 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 ja er ist ja auch bei der base pink ist bei sich zu hause es kommt bei der base er will da irgendwas machen ja dann wird er sucht mich da jetzt wahrscheinlich ist ganz versuchen ja der würde mich jetzt ekelhaft absuchen und mich darum bringt hätte der denkt dass du dich im bett versteckt hast dass er also da wo du dein bett eingebaut hast dass du dich da drinnen versteckt das wäre schlicht wenn eine schlaue idee aber wäre eigentlich clever ja aber dann dachte ich mir eher so die dann lieber ich bin die bau ob es ein bisschen warte mal ich brauche zehn ich brauche die hinter der hinter der base die ganze zeit alles durch opfer jemand soll man von weiß die die dinge ab was weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich wusste wusste ich bin wenn er gleich runter fällt aber wo ich glaube er kommt jetzt langsam wieder du musst aufpassen aber er ist noch viel weiter weg ich weiß nicht ich weiß dass er nicht hinter dir ist und ich jetzt nicht angreift du musst dich halt sehr krass beeilen ich würde jetzt schon runter springen denn ich habe kurz gesehen dass mein ende kommt man weiß ich dich weiß ich dich kommt läuft gerade zu dir schnell 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 denn rennen 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 nennen 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 ich will jetzt zu dir kommen oh oh ok das gute ist oh die dinge haltet ihn ab ja weil es ist draußen weil es ist draußen und jetzt kommt dir schwert ich hab dir schwert wer ist das pink pink ist das pink pink kommt er her schnell ja er will glaube ich kommen soll er machen soll er machen ja ok er will mit bogen er will mit bogen ich hab drei feuerwelle er ist da er ist da er kommt er ist bei deiner base pink greift ich als auch noch an also von weiten ob ich mit pfeil und bogen gg aber geile runde nächste runde würde ich einfach mal sagen für mich war es jetzt nicht so gar nicht wahr wir gehen in die nächste runde aber in der nächsten folge weil ich würde sagen mit der 20 folge wenn euch die gefangen das gerne seine german like und abo da schaut bei karim vorbei und ja haut rein bis zum nächsten mal bis denn tschüssi